Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage. Doch, für heute ist wirklich Schluss. Hallo zusammen. Schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Heute nehme ich euch wieder mal mit, was passiert im Park. Viel Spaß. Was ist da los? Da hat sich doch was gerade getan. Ich lasse es euch ungeschnitten. So lange hat sich nichts bewegt. Hab ich ein Glück. Ganz leise. Super. Und das im Zweifelsfall. Endlich wieder Bewegung. Viel Spaß dabei. Martin. Das hört sich mega an. Musik. Ja, und da sehen wir im Eingangsbereich der Brunnen. Renoviert, restauriert, aber komplett leer. Martin! Untertitelung des ZDF, 2020